Willkommen zurück zu unserem neuesten Video von Let's Play Pokémon XD Der Dunkle Sturm. Ich bin's Kira. Hallo, äh, nicht einschlafen. Ja, ich bin's hell. So, was wollen die jetzt? Ich geh einfach. Hey, warte Kira, wo willst du denn hin? Lass mich weg! Was soll ich jetzt machen? Ich hab Angst. Was ist das? Was ist das? Gib mal auf das Ding drauf, wo das... Warte, guck mal was das ist. Wow, das hat was gebracht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist unser gepimpft. Ein gepimpfter Arm. Wow, perfekt. Was für ein Zufall, perfekt. Yeah. Er hat bei uns was reingesteckt. Hahaha. 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 So, wird's hier verhoffentlich gehen. Fünf Buckelbälle. Fünf Buckelbälle. Ganz schnell raus. Geil durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier liegen Leute rum. Wurden die... Ihhh. Vergeweicht die Gruppe, dass sie nichts aussieht. Oh mein Gott. Wah, bei der Gruppe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss erst hin. Nein, ich will aber nicht. Ich will nicht. Nö. Ah. Geht aber schnell. Ich glaub, ich will aber nicht. Nein. Ist so jeder von mir. Hä, freu ich noch. Was hat denn der für Pokémon? Ich will nicht. Na ja. Wir versuchen uns mal direkt zu fangen. Ohne zu schwimmen. Oh. Krass, krass. Ja, und so fängt man scheinbar in dem Spiel Pokémon. Oh, wir haben ihn gefangen. Wir haben gewonnen. Das ist dummer, sieh mein Gräm-Topp-Topp. Ach, jetzt fängt er mal an rumzuhauen. Weißt du also? Der hat kleiner aus. Das für eine Maschinen an deinem Arm. Oh, jetzt kriegen die alle Panik, weil es eine Preimmaschine ist. Ich alt mal mal stehen. Bisschen ja, ne? Anstatt ihnen der Herrwenner zu rennen, wird da scheiß drauf auf das Dein. Der keinen Bock auf seinuck hat. Der hat dem richtigen Moment. Und jetzt fangen sie halt auf den Ruhm zu wollen. Es muss ja bestimmt suchen gehen. Denk ich mal. vielleicht machen wir auch noch vom NES ein paar Spiele welche ja von NES und Super Nintendo davon ein paar Spiele was Super Nintendo? Welches denn? ich hab da ganz viele Spiele wo kommen die rein Super Nintendo die sind noch so was gucken nein die sind so viereckig die sind noch Kassetten ja ich hab aber die Konsole ja ja geil ich hab noch N64 wo auch machen cool Leute ihr müsst uns sagen was sie gerne wünschen wir gucken wie die Spiele haben nein wir machen uns besser würde ich sagen zeige ich mal meine also unsere Frage ist jetzt welche Spiele haben wir am meisten mögen genau wie es spielt zum Beispiel Brot Story wenn das Müll können wir machen Papier ist nur ein bisschen zu fragen also wenn jetzt aber wir haben jetzt nicht so viele Spieler wir haben die meisten ja viele Spiele wir haben nur Spiele ja wenn wir zum Beispiel das jetzt wollt dass wir haben könnt ihr zum Beispiel jetzt sagen könnt ihr auch mal in einem Zwischenvideo zeigen was das Spiel wird zur Verfügung wir können auch machen das kommt hier auch auf geht genau dann könnt ihr uns sagen was sie gerne ja lass mal so machen also die können wir später zeigen welches Spiel ihr wollt dann zeigen also Tennis Spiele so wie Mario Power Tennis ist ungünstig weil sonst willst man nach 100 Turm um die weiter stehen das ist ja ja so die maus oder holen ja kein klar das wollen die ich weiß das am heuer das ist denn hier boah ein Heiterer das Kaffee ist das einfach nicht ich hab jetzt hier ein bisschen durch das Gebäude kommt kannst du Puck mal nicht mitnehmen hm so befreien ich hätte ich hab das aber jetzt in der Ball Sander ja, wo den Team aufgenommen ich hab ja hier dann wäre ich noch stärker gut können wir hier ein bisschen trainieren ach ne, keinen Bock lass mir das hier stehren haha wo muss der Team? der polizist mich ja ich geh mal hier durch es kommt jetzt ab, wir haben neue Stadt frei vor Tag Prokost hast du Durst? hm, hast du Durst? was willst du noch trinken? ja, ich geh sowas zu trinken so, hier fertig so, ach, jetzt schließt die sich um die Darm ich weh die nicht ok, wir müssen jetzt zur nächsten neuen Stadt ja, wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben unser Evo die zu entwickeln wenn jetzt, ähm ja, jetzt musst du mal was machen du machst auch vielleicht mit Evo die zu entwickeln ja wann wird denn Evo die zu entwickeln? weiß ich nicht wenn sie entwickeln will ihr könnt ja auch unter das Video schreiben wir wissen ja nicht genau wann sie sich entwickeln ja ihr schreibt einfach so, ob ihr bestimmte Wünsche hättet zu was wir Evo die im Becken sollen ja komm, jetzt schreibt zum Beispiel Evo den soll in nach Tara oder Ciana halt oder Aquana, wenn ihr mögt schreibt mir eure Kommentare und dann gucken wir was wir machen können das ist ein geiler Kopf da ich schreibst du hab gedacht kriegen wir irgendwie Memo's lass ihn mal hin wir haben sieben Minuten jo, ähm all okay jo das war's dann wir verabschieden uns schon langsam bis zum nächsten Mal Kira und El